Jetzt bin ich wieder verreckt. Nimm das Zeug und raus. Super, ich habe wahrscheinlich bald 50.000 wegen dir da durchgelassen. Ja, ich doch auch. Du hast gar keine 50.000. Zähl mir keinen Scheiß. Hast du dein Zeug endlich? Nein. Sind alle Gegner wieder am Eingang? Nein. Lauf mal nochmal andersrum. Schutz. Ach man, wenn die nicht so springen würden, die Assis. Ich habe immer zurück, immer nicht mehr. Alter, Antonin, was machst du denn? Nein. So viele Leichen liegen da jetzt auch wieder nicht rum. Ah, geil. Danke, Delphino. Danke, wirklich. Du machst das echt gut. Was ist denn mein Zeug? Ich wundere mich gerade selber. Alter, es ist einfach nicht wahr. Jetzt muss ich langsam zusehen, dass ich mein Zeug ... Nein, nimm! Toll. Ich kriege von dir irgendwann mal eine Million Gold. Was glaubst du aber? Sofort geht alles, was du findest, direkt an mich. Super jetzt. Okay, jetzt kannst du es vergessen. Nee. Weißt du? Ach ja, jetzt werden die Legs auch noch schlimmer. Ja, geil. Lass mich raus! Das Kackspiel. So, ich hab bald kein Gold mehr, um mein Zeug zu kaufen. So, ich hab mein Zeug. Mach deinen Scheiß alleine. Wie jetzt oft, tschüss. Guten Tag. Okay, tschüss. Das wird echt schlimmer. Hintere Marsch. Er zeigt mein Zeug. Muss ich nur rauskommen? Lalalalalala. Geil. Lalalalalala. Ich krieg mich nicht. Was wir da unten hin sind, hatte ich noch 60.000 oder über 60.000. Jetzt haben wir noch 7, 8. Du willst nur hin, wir willst nur wieder runter. Wie viel sind da noch am Eingang? Ich hab's. Wie viel sind da am Eingang? Hier oder so. Na toll. Brauchst nicht runter gehen. Das ist doch ein Arsch. Soll ich noch mal runter gehen? Vielleicht sinds auch nicht viel, aber... Wer weiß das schon so genau. Ich hab kein... Ich hab auf jeden Fall kein Geld mehr, um mir Trinke zu kaufen. Oh, das war ja klar. Ich hol mal Unterstützung. Du kannst ja gucken, wie viel da sind. Deswegen hab ich auch Unterstützung geholt. Hm, das sind 3 oder 4 Stück. Ja. Und hinten sind dafür nicht mehr so viele. Von hinten sind auch nur 3, 4 oder 4 Stück. Toll. Also insgesamt sind vielleicht höchst noch 10 da drin. Ja, dann geh doch mal runter. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? So, ein Treffer hältst sie aus, bevor sie tot umfällt. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach vergiss es einfach. Ja. Das wird nix. Das wird nichts. Okay. Das ist halt, wenn du lockst die nochmal weg. So, dass ich irgendwie nur einen da hab. Ja, ich würde ja sowieso runter gehen. Ich mein, ich hab nichts zu verlieren. Also bei der Ausrüstung. Lass die mal nicht aufhalten. Die Ausrüstung liegt ganz vorne jetzt sowieso. Ja, dann lass die nicht aufhalten. Warte mal, ich hol mir noch ein paar Tränke. Ich kann mir keinen Tränke holen. Ja, die helfen bestimmt bei deinem One-Hit-Kill. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind am Eingang. Ah ja, okay. Also 5 Schlangen und ein Skelett. Ihr Skelett kannst du ignorieren, aber die Schlangen müssen da weg. Vielleicht schaffe ich es irgendwann. Wie gesagt, ich hab nichts zu verlieren. Mach mal. Ich lass dich mal machen. Ich guck mal inzwischen, ob ich Updates habe für das System. Vielleicht schaffe ich es irgendwann. Mal gucken. Vielleicht gibt es endlich mal die nächste Mesa-Version. Das wär ganz geil, aber nein. Kommt wieder, sagt nein. Und, hast du schon ein paar weggelockt? Bisher nicht. Ich hoffe, das überschreibt sich nicht irgendwann. Das ist so geil. Hubert taucht auf, verschwindet und ist tot. Wie willst du, ob du in deine Ausrüstung kommst? Keine Ahnung. Ich geh da nicht nochmal runter. Oh, 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 oh. Jetzt hat er länger überlebt. Ey, jetzt wird's schwierig, weil du bist halt eingekesselt, wenn du runter gehst, ne? Ja, ich geh da jetzt bald nicht mehr runter, ne? Das ist dir schon blöd. Wenn sie sich bewegen würden, ein bisschen. Ja, weil wenn ich da so runter geh, bin ich auch sofort tot. Und ja? Ja? Die bewegen sich gar nicht. Das ist wirklich blöd. Du machst das schon. Ich mach das jetzt nicht mehr. Hier bin ich noch. Du machst das schon. Ich mach das jetzt nicht mehr. Oh ja, gut, hab ich heute keine Ausrüstung. Was? Dann hab ich halt keine Ausrüstung mehr. Ja, ich kann dir jetzt auch nicht helfen, weil wenn ich da runter... Jetzt cheatest du aber. Oh, ich hatte meine Ausrüstung. Ich musste nur noch mit hoch bringen. Wie viel liegen da? Eins, zwei, natürlich. Vier Stück liegen da von mir. Ich muss den linken erwischen. Wir könnten auch mal T-World spielen. Nee, lass mal. Kennst du das? Sag ich nicht. Ja. Magst du nicht? Ja, ich kenn das. Wieso nicht? Nein. Das Problem. Ich weiß nicht, das ist... Keine Ahnung. Gefällt mir. Bin ich so. Verstehe. Ich hab's übrigens geschafft. Ich hab's übrigens geschafft. Echt? Oh. Ich war grad mit Upgrades installieren beschäftigt. Willst du nicht nochmal, warum du Nöcke? Da liegen noch drei Leichen vor mir, aber wir haben zum Glück nichts mehr. Nur drei? Zähl nochmal nach. Ich glaub das sind mehr. Nee, nee. Ich hab jetzt insgesamt glaube ich drei mitgenommen. Obwohl das kommt nicht hin. Ich bin mehr als sechsmal gestorben. Gut, dann lass uns doch mal nach oben gucken. Es sei denn du bist nochmal runter. Ich bin selbst überrascht. Aber ich hab's geschafft. Jetzt komm ich nochmal her. Ab higher ist nützlicher als du. Ich hab nicht mal Tränke. Ich hab nur Geld. Aber ich hab meine Ausrüstung. Fehlt auch nix. Schade. Also wofür brauchst du denn Tränke? Ab und zu muss ich mich auch mal. Cool, sie vibrieren in der Kiste. Naja, komm nimm die Kiste hart. Soll kaum noch was. Ah doch, jetzt kommt was. Der Führer rennt natürlich einfach rein. Ach. Oh, das ist weg. Achso, das ist ja hier. Stimmt ja. Du bist ein Vollidiot. Das ist unglaublich. Das hast du jetzt sehr gut gemacht. Ich mach mal den Ausgang hier oben. Ist natürlich klug eine Richtung zu gehen, das ist doch nicht wahr. Kommst du jetzt mal wieder her. Hier wird gekämpft. Kannst du nicht einfach abhauen. Ich hab nur 28 verlieben. Und? Hast du schon wieder eine Zeit? Nein. Ich hab jetzt 280 Leben. Ist das echt dein Maximum? 280 ja. Wow. Genau. Ich hab. Äh. Wo steht's denn? 307. No. Auch nicht viel mehr. Nur über 200 mehr. Ich hab auch. Ne, ja, 280 hab ich ja gesagt. Nein, du hast 82 gesagt. Nein, 288. Nein, 82. 82 wär ein bisschen wenig. Treffer tot, Treffer tot. Nein. Ja. Kommst du denn mal wieder? Ich bin da. Ja, hab ich gemerkt wie du da bist. Gar nicht. Ich bin jetzt da. Ja, ja, jetzt. Ach toll. Wieso hast du denn jetzt irgendwas? Nicht mal ein Portal macht er mir, weißt du? Lässt mich sterben, macht mir kein Portal. Was ist denn? Oh, ich hab Tränke gefunden. Die können gar keine Tränke. Oh, ein Portal gemacht. Was hast du denn für ein Portal gemacht? Na oben. Da war kein Portal. Nein. Ich konnte eben nur durch Mais rein. Ach nee, das hab ich ja, das hab ich ja gerade benutzt. Boah. Ist das doch. Ist das doch. Ist das doch. Ist das unglaublich. Geht ja dann weg. Na ja. Hm. War da eben kein Portal. Hast du schon mal überlegt mit dir in den Kopf zu schießen? Ne. Ist ungesund. Nein, nein. Das ist glaube ich das richtige für dich. Alles von unten. Nicht bei dir kommen. So. Geh doch noch mal runter. Das ist ganz gut. Aber dann bist du da hinten gerannt. Und dann kam die ganze Scheiße. Ich würde das schön hoch nicht schieben, weißt du? Ja und du bist doch noch hinten dran. Weil da Gegner waren. Ich wollte die nur töten. Hm. Ich hab schon wieder einen normalen Halt dran gefunden. Was ist denn das für ein Kack? Auf doch. Ich hasse das. Dieses ständige Hängenbleiben, wenn man getroffen wird. Diese ständige Nerven. Wir stehen ja da unten noch am Eingang. Vielleicht sind die ja weggegangen. Guck doch mal nach. Ich hab's. Ja. Wenn die weggegangen sind, weiß ich nicht. Sonst vorhin waren da fünf Schlangen. Lock die mal weg. Du bist der Waldläufer. Du kannst locken. Auf, auf. Ja, ich hab's über. Na doch. Guck mal deine Aufgabe kannst du erfüllen. Ha ha ha. Schrecklich. Na da kommst du ja nicht rum. ich folgte euch nach fünf minuten oder so ist noch ein halt ich muss mal kurz dieser brunnen bereit ja ich fühle mich gesund ich komme wieder mit voller energie dann kann ich einmal schlagen und dann was zu teleportieren sie ständig ist doch in demnächst das war bei mir ist auch so ja ich muss doch mal wieder weg ich habe keine halte mehr besser brunnen noch mal bereit weil wir brauchen eine halbe ewigkeit zum aufladen der brunnen ist nicht bereit und der fiener verpisst dich einfach weißt du wenn der halt dringend ja und ich auch nicht wenn sie rumgelaufen und ich bin zurückgekommen sie angefangen hatte die 180.000 oder sowas jetzt habe ich noch nicht genug gold dafür kann man ausrüstung nicht mehr 29 zu lieben oder vielleicht sollte man aufheben da habe ich 336 leben das könnte ich momentan gebrauchen das leben da sind da fallen im boden Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich habe bald auch bald kein Geld mehr. Ich habe nicht mal mehr 5000 und davon kann ich nicht mal mehr meine Ausrüstung reparieren. Schon geil. Wenn die ziemlich im Rasch ist, geht das nicht mehr. Wieso stehst du da in der Ecke, die Pisse? Wieso kämpfe ich schon wieder alleine? Okay. Jetzt nimmt er natürlich nicht mein Portal, sondern wieder sein, der Vollidiot. Selten Dämmlich kann man nicht immer schon sein. Du machst ja kein neues. Ich... Ja, dann habe ich mir nur eingebildet, dass ich da oben eins gemacht habe. Hast du schon recht? Wieso bringst du dich nicht immer selbst an? Wo kann ich den nochmal pvp anschalten? Also ich sehe keinen Portal. Ich bin auch wirklich blind. Da ganz oben ja. Da muss ja so weit laufen. Weit oben? Das ist ein paar Meter weit rechts. Dann ist es aber neu. Ich weiß nicht, wie ich schlusselde. so die anbansamierten ich bin nicht überladen geht es aber noch weit hätte ich gar nicht gedacht vielleicht liegt da noch ein haufen gold drin vielleicht reicht es auch für ein level down für dich ich nehme jetzt auch preise sachen erstmal alles mitnehmen also fels nimm den auch mit der ist felsenfarben oh gott oh nein 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 doch nur salamander hast du mal gesehen wie viele das sind und was dabei da oben noch an bunt leuchtendem war ja so ein bisschen so ein bisschen dann kannst du das ja mal schön alleine machen dass nur ein bisschen was ist ich nehme jetzt alles schön einzeln und dann geht das das glaubst du selbst nicht ich muss mal weg aber zu glück kommen die alle einsam ja jetzt kommt mal vier auf einmal ich bin so langsam da diese attacke von denen das ist schon ein bisschen doll ich muss ein portal machen damit ich wieder runter komme es gibt keine sorgen wie sie nicht mal das heilen erlaubt mir euch einen rat zu geben nein du darfst mir keinen rat geben ja ich warte nur auf dich hast du ein neues portal gemacht guten tag so jetzt habe ich erst wieder genug geld gehabt um mein zeug zu reparieren das ist schon mal ein anfang ich habe tolle tränke richtig ich mache gift schaden ich habe nicht so richtig so den eindruck dass das viel bringt weißt du anstatt dass einfach weit durchgeht und irgendwie mal ja ich wollte gerade durchgehen ja ja gerade weißt du ich gucke mir erstmal eine halbe stunde beim campen zu und denke sich dann ja so langsam könnte ich mal drüber nachdenken eventuell durchzugehen und ach wobei ich würde mal lieber den salamander schlag ihn mal mit einem bogen tot kann dieser eisdreck jetzt mal aufhören kann dieser eisdreck jetzt mal aufhören oh gott ich komme schließ mal hoch hallo nach oben schießen das ist ja gar nicht ich bring ihn mal mit ok kälteverzauberung blitzverzauberung immun gegen kälte er schießt halt drauf seh ihn nicht also ja aber geil er ist schnell warum ist er so schnell der macht blitz und kälte ja geil wow als ob eins und beiden nicht schon gereicht hätte wieso kann ich die türen nicht zumachen geht nur noch da ist alter was ich wieso von was wieso bin ich jetzt gestorben bitteschön super ich war nicht mal im selben raum wie der ich hasse diese Spiele doch doch das kommt schon nein fix mal dein internet immer bin ich schuld ja bist der Host wenn sie leckt, bist du schuld nachdem ich tot war wieso wirkt denn der Trank nicht hallo ich hab doch ja dann heil halt nicht du scheiß Trank hast du schon recht wozu auch ich hab halt kein Gold mehr und verliere Erfahrungspunkte ich fühl mich wie Delfinio verstehst du so dumm rum warte auf dich ja ich glaub ich kann jetzt irgendwas machen ohne alles na toll was droppte heiltränke geil wer kommt jetzt noch her so ne dinge ja ich vermute mal die klauen die ich gewundert hab sie wieder scheiß also wie alle klauen die hier droppen ich hätte gern mal ein paar richtig gute waffen so droppt gar nicht mal was nein ich möchte keine bolzen mitnehmen ich nehme den fetisch mal mit hier ist der endboss jetzt gehen wir noch runter ja runter zweiter stock ja darum bist du jetzt auch in der stadt ich muss ja mich neu eindecken mit meinen 4000 gold die ich noch hab da hab ich erst mal wieder genug ausrüstung kann ich auch reparieren es ist mir eine ehre euch zu dienen irgendwie kann ich auch voll kaufen ich hab jetzt noch 528 gold ich hab neun stadtportale und 8 identifikationen ich hab gar keine identifikation mehr ja runter wir machen das jetzt noch fertig du bist voran du darfst zuerst ne 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 ich hab jetzt immer noch einen großen zauber mit plus 29 zu leben gefunden du gehst zuerst rein ja als ob ja hallo sollst du jetzt weglocken damit wir die einzelnen töten können dann lege ich jetzt mein folge ab dann kann ich das machen ich werde zwar nicht weit kommen warte mal ich lege mal die ganzen tränke im würfel rein nieder alle rein? ne nehm ich denn noch auf streame ich noch? ja ich habe keine verworfenen frames ich habe 31 übersprungene frames zwei ausgelassene frames das geht hier alles noch aber ich kriege das gar nicht alles weg ein bisschen zu viel dann mach mal Schluss der Vino macht jetzt live Schluss indem er sich erschießt das reicht für heute die Tour ist zu klein erzähl mir mal was Neues erzähl mir mal was Neues dann ist es ich kann aber gucken wie das jetzt heute aussieht gib mir dein Zeug ich verkaufe es auch nicht ganz mit dem Vertrauen ganz wertvollen Sachen die ich mal noch hier rein dann ich bin gleich soweit das ist natürlich mal so lange meine Kiste um haben wir noch Zuschauer? ich weiß nicht ich habe glaube ich gar keinen also Eduardo ist ja gegangen und hallo ich kann jetzt nicht rollen ist der nicht mehr da nein nein ich habe schon vor längerer Zeit gesagt dass der gegangen ist du passt gar nicht auf ich könnte den Königsstab hier noch rein machen genau lass den Königsstab mal ausrüsten geh runter stirb verlier den Königsstab und dann beenden wir und lassen das einfach mal liegen und gucken was passiert da hin und jetzt wirds dünn und jetzt wirds dünn was machst du denn? den Rest lege ich jetzt einfach vor der Truhe ich nehme es mit Stiefel das Zeug das Zeug das Zeug das Zeug die Hand jetzt mal gucken was kann ich denn gebrauchen große Zauber der Stärke klingt doch interessant und jetzt stürzt das Spiel ab und alles ist weg verdammtes Pech naja ich habe ein bisschen was in der Truhe nicht das Geld noch weg das will ich zwar sowieso aber egal jetzt kann ich losgehen mach du mal achso Mist ich habe jetzt mein Portal genommen ach du bist doch selten dämlich na dann konnte ich halt nicht mal runter was solls ja ich muss ja sowieso erstmal schaffen und 3, 2, 1 hey dein Todesmallow kam bevor deine Lebensenergie auf Null war so also ja es sind immer noch die 5 Schlangen hier also eine grüne 2 rote also 2 Salamander eine Reißzahn der ist Elite und 2 Clown Viper und 2 Clown Viper und ein Knochenkrieger also wenn du runterkommst bist du quasi unzingelt und bekommst gar nicht irgendwie du müsstest erstmal einen Tod schlagen wenn du natürlich irgendwo hinkommst ich hätte gern einen Krank der Unverwundbarkeit oder sowas für diesen Abschnitt der irgendwie so eine halbe Minute Unverwundbar macht das ist ja jetzt genau das Richtige ja sowas gibts natürlich wieder nicht dann würde ich sagen wir machen noch die Aasvögel hier und dann beim nächsten Mal werden wir vielleicht mal 1, 2 Level leveln müssen können auch einfach einen neuen Raum machen nochmal probieren nein komm lieber mal her und helfe bei dem Champion hier ich muss jetzt mal wieder alles sortieren klar so lange sind man muss er jeden Tag 1,2 genau rein setzen Spy Auge die Axt das ist das für die Übersetzung ich mach mich zu gut nehmen Na toll, ich habe einen Heiltrank verloren. Wenn ich starb, kann ich auch in der Truhe lassen. Erstmal, niemand will mit dir reden, alter Mann. Wow, hey. Ich habe jemals irgendwann eine gute Ausrüstung, wenn es nicht klappt. Okay. Das ist ja richtig gelohnt. Wie brauche ich denn noch? Ja, wir können gerne ein bisschen Geld machen. Ich brauche eh noch über 2 Millionen Erfahrungspunkte. Über 2 Millionen 8. Ich rede von Geld. Einfach mal hier rausgehen, ein bisschen was looten. Habe ich eben gemacht. Die Kosten für die Rebellatur waren größer als die Kosten von dem, was ich bekommen habe. Und das, obwohl ich einen Champion getötet habe. Kannst du dir überlegen, wie sinnvoll das ist. Und da hattest du gerade Pech. Guck, du hast Gold. Ja, toll. Na gut, die Dinger sind doch so kacke. Oh. Alter. Ne, leck mich. Ich mache Schluss. Ich mache Schluss. Ich habe gerade schon wieder Geld ausgegeben. Also, ich habe 660 Gold gewunden eben. Oh, man kann noch 436 sogar behalten. Okay, wie wäre es denn mit der Kanalisation? Wie wir es jetzt ecklich versuchen, wir. Das ist doch bestimmt einfacher. Wenn du nochmal 10 Level drauflegst vielleicht, ja. Ich habe jetzt Level 48, Alter. Ich habe 47. Was? Ich habe 47. Ich brauche noch rund 2,6 Millionen für das nächste Level. Aber ich würde sagen, wir machen heute noch Schluss. Das wird jetzt hier sein. Ich muss Level 1 machen. Nein. 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 Vichtig. das ist wirklich ein bisschen mehr machen das nächste mal dann wird eben bisschen einleveln müssen und vielleicht so dass ich mein Invertar noch mal voll kriege? Aber das hast du ja den Saphir gekarrt? Moment mal, Saphir? Ich bin nicht verwendet. Wie farbe hat denn das Ding? Wieso bin ich denn schon wieder überladen? So, wir haben nichts. Mach deinen Scheiß alleine. Eine geht noch. Guten Morgen. Ich hab einen Speer. Der ist scheiße. Willst du den haben? Ne. Selbst ein guter bringt mir nichts. Außer Geld. Gut, keine Ahnung was der Fien jetzt noch macht. Ich mach Schluss. Komm auch gleich. Und sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Nein. Bis morgen. Bis morgen. Mal. 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 Mal.